Hallo alle zusammen, heute gibt es eine neue Buchvorstellung von mir und zwar zu dem Buch Vampire Academy, der erste Teil Blutsschwestern von Richelle Mead. Lasst euch nicht irritieren, das hier ist eine andere Ausgabe, aber dazu kommen wir gleich. Hier geht es um Rose. Rose ist ein Dampir, das heißt eine Mischung aus Mensch und Vampir, theoretisch ein Halbblut. Allerdings können Dampire nur geschaffen werden, indem sich Dampire mit Moroi, ich hoffe ich spreche das alles richtig aus, kreuzen. Moroi sind sozusagen die reinrassigen Vampire und diese können erschaffen werden, indem sich Moroi mit Moroi fortpflanzen. Dann gibt es noch eine dritte Variante von Vampiren und zwar nennen die sich Strigui. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall sind das die bösen Vampire. Diese können erschaffen werden, indem entweder Menschen dazu verwandelt werden oder Dampire oder Moroi. Ja, also auf jeden Fall geht es hier um Rose und Rose ist mit ihrer besten Freundin Lissa, die eine Moroi ist und zwar eine königliche Moroi auf der Flucht ist. Dummerweise sind sie jetzt zwei Jahre immer entkommen, aber jetzt wurden sie doch wieder geschnappt und werden zurückgebracht an die St. Vladimir's Academy, um dort weiter behütet zu werden und beschützt. Denn Lissa ist eine Prinzessin, eine Vampirprinzessin könnte man es nennen, eine der zwölf Erbinnen einer königlichen Linie und muss deswegen unter ständigem Schutz stehen. Und es darf auf gar keinen Fall geschehen, dass ihre Linie ausgerottet wird, denn wie gesagt, sie ist die letzte ihrer Familie. Ja, das stinkt den beiden ziemlich, denn sie haben natürlich Beweggründe, warum sie aus der Akademie abgehauen sind. Und ja, jetzt kommen sie in den Alltag zurück. Nach zwei Jahren waren sie weg und ja, das ist ein bisschen schwierig, nach zwei Jahren wieder in die Schule sich zu integrieren, denn es gab Gerüchte, warum sind sie abgehauen und wir haben sie die ganze Zeit überlebt und was ist mit Lissa los? Und ja, Rose muss versuchen, wieder ihren Stoff aufzuholen und ihr Training nachzuholen, denn Dampire sind die Wächter der Moroi. Und da Rose irgendwann einmal Lissa zugeteilt werden möchte, muss sie jetzt hart trainieren, um genauso gut zu werden wie ihre Klassenkameraden. Und ja, dabei bekommt sie sozusagen Nachhilfestunden von Lissas aktuellem Wächter, der ihr jetzt zugeteilt wurde, und zwar Dimitri. Und Dimitri sieht verdammt gut aus und ja, was da noch alles so passiert und was eigentlich mit Lissa los ist, warum die beiden abgehauen sind und was alles hier noch so weiter geschieht, das müsst ihr natürlich selber lesen. Das Buch ist ursprünglich erschienen im Lux Verlag und kostet 12,95 Euro und hat 304 Seiten. Ich habe jetzt hier die Weltbild-Ausgabe, die hat keine Ahnung, wie viel gekostet. Ich glaube, die ersten drei Bände haben 17,95 Euro oder so gekostet, aber die gibt es einfach nicht mehr. Ich habe sie bei Ebay gekauft, alle sechs Bände in der Weltbild-Edition. Also vielleicht guckt ihr mal da, vielleicht findet ihr es dann auch. Das Buch hat auch 302 Seiten. Ja. Und das Buch habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gelesen. Ich habe die ganze Reihe, etwa vor drei oder vier Jahren muss das gewesen sein, habe ich die gelesen und fand sie einfach total grandios. Und da jetzt nächstes Jahr im März der Film dazu erscheinen wird, habe ich mir gedacht, ach, ich könnte ja mal ein Rereading sozusagen dazu machen und dann könnte ich euch außerdem eine Buchvorstellung dazu geben, denn ich finde, persönlich ist es eine der besten Vampir-Bücher-Reihen, die ich bisher so gelesen habe. Damals habe ich, also ich habe sie dann auf Goodreads auch wieder eingestellt, dass ich sie schon gelesen hatte, habe sie komplett mit fünf Sternen bewertet und wollte jetzt nochmal ein bisschen kritischer dran gehen, weil, wie gesagt, vor drei, vier Jahren, da konnte ich mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Ja, das Buch hat jetzt im Endeffekt vier Sterne von mir bekommen. Ich hatte es irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung, aber es war trotzdem gut. Das Problem dabei ist jetzt, dass ich natürlich nicht komplett objektiv an die Sache rangehen kann, denn ich weiß ja, was in den Folgebänden passiert und ich liebe diese Reihe einfach. Es ist so toll und ich liebe Rose. Rose ist genial. Ich liebe sie einfach. Die hat einen so extrem bissigen Humor und ich finde sie einfach, also es ist herrlich. Und ja, ich war ein bisschen, ja, enttäuscht würde ich es nicht nennen, aber wie gesagt, ich hatte das im ersten Teil noch ein bisschen mehr Spannung, also so zwischen den Charakteren in Erinnerung. Deswegen hat es nur vier Sterne bekommen, anstatt wieder fünf. Aber wie gesagt, es ist ein super Auftakt und bleibt auf jeden Fall an der Reihe dran, wenn ihr vielleicht mit dem ersten so wart. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Den zweiten Teil werde ich auch demnächst wahrscheinlich lesen. Ich werde wahrscheinlich jetzt die komplette Reihe einfach nochmal durchlesen und ich freue mich schon voll auf den zweiten Teil, weil da taucht ein Charakter auf, den ich so abgöttisch liebe. Ich finde ihn einfach so, so genial und ich freue mich tierisch drauf, den dann näher kennenzulernen. Wieder zum zweiten Mal wieder näher kennenzulernen. Der ist nicht einfach toll. Und wenn ihr die Reihe schon gelesen habt, dann wisst ihr ganz bestimmt, wen ich meine. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das empfehlen und euch das nochmal ein bisschen besser vorstellen. Vielleicht haben einige das schon gelesen. Wahrscheinlich haben das einige schon gelesen. Das ist nämlich relativ bekannt, soweit ich weiß. Achso, das Cover von der ursprünglichen Ausgabe, die ihr jetzt normal beim Lyx Verlag kaufen könnt, die werde ich euch mal jetzt einblenden. Und ja, ich finde die auch vom Lyx Verlag sehr, sehr schön gemacht. Das sind halt Broschurausgaben und da ich das alles bei Ebay bekommen habe, ist ja auch egal. Auf jeden Fall werde ich euch auch in der Infobox gerne nochmal die Trailer verlinken. Die sind aber meines Wissens nach bisher. Alle nur auf Englisch draußen. Die deutsche Übersetzung kam noch nicht. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Ich finde besonders, der allererste Teaser-Trailer, der rauskommt, hatte überhaupt nichts von dem Flair, der hier im Buch rüberkommt. Das war so total düster und Horror würde ich es jetzt nicht nennen, aber so brutal und alles. Das ist eigentlich komplett anders hier. Also ich bin sehr gespannt auf die Verfilmung. Mir gefallen teilweise die Besetzungen nicht so ganz und gut, man kann es vom Trailer nicht immer so genau sagen, aber das Buch wird wahrscheinlich tausendmal besser sein. Also von mir ist es auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, wer sich für Vampirgeschichten interessiert und ja, eine Geschichte, die durchaus auch spannend ist und einen Charakter, Hauptcharakter hier, der meines Erachtens nach einfach fabelhaft ist. Ich liebe sie. Und mein liebster Band dieser Reihe ist der vierte Band und das dauert jetzt noch so lange, bis ich, ich muss jetzt inzwischen noch zwei weitere lesen, bis ich dann endlich zu meinem Lieblingsband komme. Und ja, das war jetzt auch schon viel zu lange dieses Video. Wenn ihr das schon gelesen habt, schreibt mir gerne eure Kommentare, wenn ihr den Trailer dazu schon gesehen habt und das Buch gelesen habt, würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr da auch so ein bisschen skeptisch seid, was den Film angeht. Und ja, das war es von diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.